Opa Neue ist zu und hat in Folge von Let's Play The Legend of Satellite, hier ist of the KingDim. Im letzten Part haben wir uns ja weiter umgeguckt, da oben ist wieder ein Drache. Wir haben unsere Rüstung umgefärbt, wir haben neue Segel bekommen. Wir haben viele Frösche gefangen, haben Brunnen erkundet und bestimmt noch viel mehr. Und wir werden uns weiter umgucken. Da hinten ging's ja zum Beispiel Richtung Schule, wo wir uns dann von den Brunnen ablenken lassen haben. Warst du da unten schon in dem Haus bei den Brunnen? Weiß ich nicht. Was sind das? Also... Also da rechts, ja, aber hier... Oh, der wird's wieder zu spät, meinst du? Ja, das Kind hat gesagt, er hat nach Hause, also wird's wieder umgegends jetzt. Haha, das Kind hat das gesagt. Und ich sag, ihr sollt diesen Kanal abonnieren, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Bitte macht das, wär sehr gut. Lass das bitte, oh nein! Nein! Lass nicht verpassen! Nein! Lass ein... Also bitte abonniert. Das wär sehr gut. Also... Kostet ja auch nichts. Wär schon krass. Bald gibt's gleich ne krasses neues Feature bei uns. So, weißt du was? Ist mir jetzt egal. Wie machen wir jetzt das mit der Amiibo? Wie das eine Amiibo ausprobieren? Das war doch... Das war doch... Eigentlich ja hier. Welche wollen wir nehmen? Ja, Link erstmal. Link, aktiviere dich! Link ist ja auch die erste, die Skirp. Ganz viele Pilze. Ganz viele Pilze. Ist mir das ein Gleiter? Ich glaub, wir kriegen einen Stoff für einen Gleiter, ja. Hup! Ein Ritterschwert. Wow. Was, wenn ich das nochmal mache? Kann man einfach gut benutzen. Also ich hab... Ich hab schon gesagt, dass es ein bisschen was Cooleres gibt. Aber okay, gut. Das war der Tears of the Kingdom Link Amiibo. Damit das wisst. Die anderen gibt's einen anderen Pass. Eieieiei. Na ja, gut. Dann... Schauen wir mal weiter. Jetzt gehen wir in die Schule. Wann war ich denn das letzte Mal in die Schule? Ich weiß gar nicht. 2018. Ich am Donnerstag. Aber ne anderes. Jetzt ist mal die große Frage, die wir uns alle stellen, ja? Wenn deine erste Ausbildung so gegangen wäre, ist das jetzt schon durch. Ähm... Ich wollte jetzt selber heute mal ne Abschlussprüfung schreiben. Oder sie geschrieben haben. Ja. Ich hab neulich im Bus ein kleines Kind gefragt. Er hat sich neben mich gesetzt. Also nicht neben mich, sondern ich war hier, wo diese Sitze so seitwärts sind, ganz hinten. Ja. Und das andere... Und das Kind saß dann im Vierer, tippt mich an, guckt mich an. In welche Klasse gehst du? Und ich dachte, was ist denn jetzt los? Ja, du... Ja, du... Versuch mal auf die Schuhe drauf zu fliegen. Vielleicht sein Krog. Meins dann. Oder da bei dem Feld nochmal kurz Lucky Cookie machen. Lucky Cookie. Bei Scheuchen? Oh, gibt's hier diese... Die Hymne des... Keine Ahnung, wie hieß die in My Jaws Master? Gab's doch die, oder war das... Oh, gab's doch Vogelscheuchen. Stell hier einfach nochmal ne Feder hin. Ja, wir haben nur noch eine. Das ist die Sache. Wir haben nur noch eine. Ja. Damit ging das doch auch. Aber dann machen wir mal ein Foto von diesem Hüpfefeeder. Oh nein, das ist weg. Aber das sind noch mehrere, glaub ich. Die hüpfen doch hier übers Feld. Die ganzen... Er muss schon ein bisschen näher rangehen. Ja, wir werden nicht sagen, dass das das einzige Insekt war, was jetzt hier so rum war. Und dann schon. Das war der... deine Intention? Dieser ist jetzt einsam, ne? Alter, die Glocke läuten wollte Jan doch... Ja, das wär krass gewesen. Ja, gut. Und dann gehst du da mal rein. Hat nicht so geklappt, wie es sollte. So, kann man das auch machen, aber du solltest die Reihenfolge bitte anders machen. Das ist ein Krogi für uns. Das ist lächerlich. Na gut, jetzt gucken wir mal rein. Hallo? Der neue Lehrer ist da. Da ist ein Buch. Kannst du lesen? Willst du ein Buch lesen? Ich lese ein Buch auch. Da wird ja tatsächlich ein Buch bestellt. Oha. Hey, das ist wirklich der Typ... Ich glaub, das war der aus... Soweit er diese Quest mit den Fotos gemacht hat. Ein kleiner Asta, Meadows Tochter. Ist ein sehr aktives Mädchen. Nicht attraktiv aktiv, ja? Meadow soll bei der Frisur diesen charmanten Bob verantwortlich sein. Asta scheint ihrem Vater sehr lieb zu haben und erzählt auch regelmäßig, wie dessen Tag abläuft. Denk ich an Asta aus... Okay. Nein. In letzter Zeit höre ich von ihr viel über die Hyrule... Hyrule Tomatje, die in Meadow gerade anbaut. Als Dagono das Haus neben dem Kleidergeschäft gebaut hat, kam mir erst ein wenig traurig vor. Das hielt aber nicht lange an. Schon bald war sie wieder froh und aufgeweckt wie sonst auch. Es ist süß und bunt, hat sie gesagt. Das ist nicht weit von Früchleins Haus. Sie ist immer sehr positiv gestimmt und kann jedem etwas Gutes abgelehnt. Hey, der hat ja wirklich die beiden Farben wie sie hier. Das Gelb ist aber random, oder? Äh... Welche? Du meinst die Ärmel? Mhm. Weiß nicht, ob das wirklich Gelb ist oder ob es grad hier irgendwie Dings ist. Das Licht müssen wir draußen nochmal gucken. Jetzt zerstör hier nicht meinen... Das passt. Die kleine Karin ist die Tochter des Bürgermeisters. Sie ist schüchtern und gutmütig. Hat nicht viel Selbstvertrauen und redet auch nicht viel. Jetzt denke ich an die Käsekarin aus unserem Ort. Die kleine Karin. Aber sie versteht es gut, Sachen auf den Grund zu gehen. Aber Prinzessin, ich denke es ist bekannt, dass Bürgermeister Rietenheim, wie ich Gemüse für die Jugend züchte. Aber Karin war die erste, die mir bemerkt hat, dass die jüngere Generation aus Interesse an Gemüse verloren hat. Siehst du? Das hat Karin gemerkt! Und deswegen hat sie das alles aufgebaut. Wenn jetzt irgendwas von Käse kommt, dann bin ich aber weg. Das hat sie an der Zahl der Kunden erkannt. Und auch daran, dass im Laden immer so viel Ware verfügbar war. Eines Tages wird sie vielleicht eine Gelehrte wie Pura werden oder diese Super treffen. Azu ist der Bruder von Effi, vom Krämerladen. Aber seine wahre Identität ist Super-Azu. Für solche Gerichtigkeit, bitte was? Er verbrachte immer viel Zeit mit Sefaro. Doch da in der Farberei nun immer so viel zu tun ist, hat dieser keine Zeit mehr. Daher scheint Super-Azu nur nach der Schule allein herumzustreifen. Seine Mutter Amira mag viel Tratschen, doch er selbst hat immer ein Auge für Erderernbedarf. Sein Streben der Rechten in Ordnung mutete im ersten Moment wie ein Kinderspiel ein. Aber solange Super-Azu da ist, glaube ich nicht, dass sie in Art hier nur irgendwelche Schurken blicken lassen werden. Alter. Hier geht's ab. Die ganzen Bilder habe ich eher an Kindergarten als an Grundschule. Naja, vielleicht ist Grundschule. Machen auch mit. Nein, wir sind jetzt nicht mit... Aber ja, aber was denn... Aber ja doch, was ist denn? Ach, du bist Link. Wir haben uns seit Ewigkeiten nicht mehr. Link, du bist zurück. Verzeih meinen Überschwang. Ganz, ganz offensichtlich bist du's. Und das hieß dann wohl, dass du zuerst in Zelda? Nein, die ist nicht zurück. Die ist immer noch auf Streife. Auf Streife, RTL 2. Oh, ich hatte schon befürchtet, dass ich dich allein hier sah. Naja, als die Prinzessin weiterhin... Also ist die Prinzessin weiterhin wie vom Erdboden verschluckt. Wusstest du, dass diese Schule hier auf... Gehieß von Prinzessin Zelda erbaut worden ist? Ja, wissen wir, haben wir gelesen. Die Kinder liegen hier so sehr am Herzen. Äh, sie werden bestimmt als allerbester hier... Äh, was? Sie werden bestimmt als allererstes hier vorbeischauen, wenn sie wieder auftaucht. Ich unterrichte derzeit Geschichte. Einfach, dass die Prinzessin sehr am Herzen lag. Nächstes Thema ist die Verheerung. Ja, du Link, wenn du möchtest, kannst du noch ein bisschen beiwohnen, hättest du Lust? Weiß ich nicht. Ja. Na, dann ist es wohl an der Zeit für unseren Geschichtsunterricht. Wie ihr wisst, ist Hybels Geschichte stark geprägt von der sogenannten Verheerung. Tatsächlich ist sie... Ich hätt's besser gefunden, wenn er jetzt irgendwie von dem... Achso, doch, das ist es ja sogar von der Verheerung Ganon. Na ja, gut, dann vergisst das. Tatsächlich ist sie kein Einzelfänomen. Die Verheerung brauche ich schon mehrmals über das Königreich Hyrule herein. Sie wurde vor 10.000 Jahren versiegelt vom Helden, der mit dem Bandschwerz durch die heilige Kraft der Prinzessin. Ist das nicht ein Märchen? Äh, das ist er. Oh, er kann er in dieser Zeit noch sein, das war halt so eine Legende. Ja, der ganz recht sieht er doof aus. Das ist er, Karin! Er hat 10.000 Jahre alt. Er hat 10.000 Jahre alt. Das ist auch schwer vorzustellen. Ich kann nicht bürrisch. Stefano. Das ist ein Bild von dieser Verheerung vor 10.000 Jahren. Ach, das war jetzt der Lehrer wieder, ne? Das ist kein Märchen. Das versichere ich euch. Wir reden hier vom wahren historischen Ereignissen. Oh je, ich müsste den Kindern wirklich einen Beweis der Verheerung von 10.000 Jahren zeigen, sonst glauben sie mir nie. Wir haben ja nicht mal Tische. Und dann hätte der ganze Unterricht keinen Wert. Verzeiht mir, Link. Äh, hätte ich geahnt, dass die Stunde so verlaufen würde, hätte ich mir die Mühe erspart, uns zu besuchen. Ich wünschte, ich hätte mehr Weitblick gehabt und das Gemälde der Verheerung auf Impas aus Impas Haus geliehen. Oh nein. Erstmal fotografieren. Kakariko im Nordwesten. Ja, das machen wir später. Guck mal, guck mal kurz auf die Karte, dann sehen wir, wo Kakariko liegt. Hä? Weißt du Bescheid. Was ist denn da? Was ist denn da? Auf geht's. Ja, weiß er nicht. Ich hab mir hier mal die Rippen geprellt. Schnell weg hier. So, wo muss man es noch hin? Was gibt es noch für Häusle? So viel kann ja nicht mehr über sein. Also hast du die interessanten Sachen. Hä? Rüstungsladen? Wann bauen wir noch gar nicht. Das kann Rüstungsladen. Das ist hier. Rüstungsladen. Naja, das ist. Es ist nicht Rüstung. Es ist halt hier, das Modeladen ist das. Gegenüber von dem Krämerladen. Sehr lächerlich. Können wir später was kaufen. So, dann müssen wir jetzt zum Bauernhof gehen. Und dann müssen wir irgendwie wegen der Bürgermeisterwahl gucken, wie wir das jetzt voranbringen. Wo steht denn der rum? Der Bürgermeister, da müsste er irgendwo sein. Der andere ist noch Brunnen. Du kannst ihn noch nicht ignorieren. Na gut. Wie du denkst, dass da Wasser ist? Stell dir vor, da ist kein Wasser. Warte mal. Doch, das ist der. Haben wir hier nicht? Weil da Felsen liegen? Ich glaube halt wirklich, dass das immer verbunden ist. Die Frage ist, war der jetzt markiert? Ne, der war aber nicht markiert, aber jetzt. Aber guck, ja, das ist der. Ja gut, man muss aber die Eingegenheit nehmen. Ich weiß gar nicht, dass das möglich ist. Dass man im Wasser rauskommt. Wovon da oben kommen muss. Ja, dann fehlt aber ein Haus, weil der Bürgermeister das Haus haben wir wohl noch nicht betreten. Ja, zu dem müssen wir jetzt wahrscheinlich eh gleich hin und dann sagen, eh, wir sind auf der anderen Seite. Dann geht's wahrscheinlich weiter. Oh, Enten-Polos. Gab's schon. Mann, aber Enten. Was bist du für ein Mensch? Der Fisch. Der Fisch ist auch doof. Alter, der röst Karpfen. Hat sich doch gelohnt. Wiss ich nicht. Oh, hier in dem Hotel auch noch nicht. Vielleicht macht die Frau das Hotel von dem Mann. Also von dem Chef. Also von dem Chef. Ist gut so, ihr habt es verstanden. Du musst das doch mal ausführen. Ist ja ein sehr leeres Hotel. Gut. Da ist noch ein Zimmer. Topdeckel. Ne. Der Topdeckel. Ups, wieder nicht. Ja, irgendein Haus muss man auf jeden Fall noch übersehen. Ach, das war Tango. Der Arzt, der sein würde. Dabei hat er doch früher immer auf mich gehört. Also, bevor wir verheiratet waren. Könnte er denn nicht wenigstens einen Hutfahnsack ohne oder sowas tragen. Ich verstehe nicht, wo man das hier geht, oder? Kann ich helfen? Ach, keine Zeit für Selbstgespräche. Ich muss doch arbeiten. Gut, vielleicht ist die Mutter für sie und der andere für den Bürgermeister. Hallo, es wird das mal wieder schön. Willkommen im Gast von Sahel. Sie möchten bei uns einkehren? Das normale Bett kostet 20, das Luxus 30. Ja, wie lange möchte sie? Gut. Gut. Natürlich wieder Luxus. Wie der Wut immer wackelte. Ja, 10 Rubine mehr ist ja nix. Naja, wen fand ich mir für unseren jetzigen Zeitpunkt. Ich denke bei dieser Blumen. Oh Gott, guck mal Flo, das nächste Herz. Ah, leichter aus. Ein Dungeon. Einer. Und dann nehmen wir wieder Ausdauer. Hier waren wir tatsächlich noch nicht. Ein Brunnen! Es ist viel zu viel Brunnen für mich gerade, jetzt komme ich mir klar. Ja. Und deswegen war es auch so riesig, weil das wahrscheinlich auch ein Teil von dem Verbunden, ne? Ich meine, da stand Ost-West-Nord-Süd-Brunnen. Also das ist, es gibt halt jeden Brunnen. Also jede Richtung Brunnen. Ja, da hinten ist es wieder. Das ist schon eine zerstörte Wand gesehen. Okay, jetzt muss man aber hier die Häuser begutachten, weil die Häuser in die Richtung hat man noch nicht. Aber das sieht so aus, als wäre ja nicht mehr das Dorf. Also wenn ja irgendwas da wohnt, finde ich das schon komisch. Auf dem, ganz oben auf dem Berg beim Bauernhof, dass er alles überklicken kann. Oh Gott, oh Gott. Ich weiß nicht, wie ich den Gedanken finden soll. Oh, ein Buch. Ralleras Nachricht. Wir wohnen hier nicht mehr. Da wird unser Heimatdorf Angelstadt zurückgekehrt sind. Unser Haus darf gerne als Raststätte von Reisenden nachrichten. Wow. Genutzt werden. Rallera und Rodante. Ja, das brauchen wir jetzt auch nicht mehr. Es sind Windmühlen. Goll. Flo, ich bin ein bisschen enttäuscht. Von was? Von Standard Stories. Von welchen? Von dem, was bald rauskommt, dass der Port, der kriegt in Europa keinen physischen Release auf der Switch. Ja, da musst du die anrufen. Ja, da musst du die anrufen. Das ist entweder holt diesmal nicht für die Switch. Ich lass es importieren oder ich kauf's mir immer als Key. Also digital. Okay. Okay. Oho. 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 nicht das haus vom bürgermeister gefunden ja erstmal kennen wir aber auch die questen das ist keine richtige quest stimmt schon also schon aber halt keine wo man eine markierung bekommt vielleicht noch gar nicht so richtig können könnte er denn wohnen sonst waren wir jetzt überall vielleicht jetzt noch mal hier bei dem turm gucken wo ich auch das nicht glaube das war ich nur springe ich einfach in den teich nein der ist so viel zu tief und ich kann doch nicht schwehe wieso siehst du mich so an bist du ein kunde falls du wegen dem bau noch hier bist könntest du bitte mit meinem vater auf dem feld drehen ich muss irgendwo an die flaschenpost im teich kommen da ist nämlich ein brief von meinem ungroßvater drin allerdings komme ich dran weil meine arme zu kurz sind und ich auch gar nicht schwimmen kann briefe sollten einen hinweis darauf geben wie man den bauernhof neu beleben kann nicht zu fassen dass er nur noch am teich liegt wäre ja auch zu einfach aus ja ja fällen baum und schmeißt den baum in den seeren was ich die bäume hier vor einer gut im wald schon ja auch auf dem bauernhof der wird jetzt keiner beschweren hast du nicht nur einen kruckwedel hier lag ihm noch irgendwo eins oder ein ventilator keine ahnung solle da bereichen Raus damit. Ich hab dir doch mal gesagt, dass ich gerade keine Zeit... Das ist doch die Flaschenkostmann des Urgroßvaters. Aber wie hast du... Hast du die für mich aus dem Teich gefischt? Danke. Nun, finde ich endlich raus, wie man den Bauernhof neu beleben kann. Moment, ich lese gleich mal hinein. Das ist keine Korken. Mal sehen, oh ja, das ist definitiv seine Handschrift. Da werden wir ganz austabisch. Puh. Aber diese Krakelschrift kann man ja auch nicht ziffern, wenn man... Ich erfahre mit Opas Brief nicht. Ach ja. Das muss mein H sein. Dann ist das sicher ein K. Und dann heißt das vielleicht... Neue Spezialität mit Bürgermeister. Fermentieren Käse? Käse! Namens ich vor Reife. Na ja, das könnte sogar funktionieren. Entschuldige, ich muss die Idee meines Urgroßvaters sofort in die Tat umsetzen. Ich bin im Haus, falls ich mich immer zu... Hey! Das Haus da drüben, such mich bitte mal, damit ich dir etwas zum Dank geben kann. Bitte! Kann ich eine neue Spezialität für den Bauernhof? Ach was. Für die ganze Stadt machen. Das war prima. Ja, Käse nämlich! Direkt da rein. Ich weiß übrigens auch, wo der Bürgermeister ist. Da gehen wir auch gleich hin. Vater haben wir gegugelt. Ja, es ist ein Haus. Und da waren wir auch noch nicht drin, wie es aussieht. Oder er war da nicht da. Keine Ahnung. Hallo, schön, dass du gekommen bist. Hier, sieh dir das mal an. Das ist echt Athenokäse. Nach einem Rezept meines Urgroßvaters. Es ist unglaublich lecker. Es ist fest, aber schmilzt förmlich im Mund. Also, warum ich dich hergebeten habe, ohne dich wäre das Rezept jetzt immer noch im Teich. Und darum wollte ich dir danken, indem ich dich als erstes den Käse probieren lasse. Also, ah, vielen Dank nochmal. Hier, nimm ruhig. Der Athenokäse. Ein Athenokäse von der Mensch von Athenokäse. Wenn man ihn in einem warmen Gericht hinzufügt, schmilzt er und entfaltet es, dann seinen vollen Geschmack. Krass. Offenbar hat ich mein Großvater. Das Rezept für Athenokäse zusammen mit dem damaligen Bürgermeister entwickelt. Das war für unser Durft gedacht. Aber die Leute wussten nichts damit anzufangen. Sie waren wohl doch nicht so weit. Nachdem ich den Käse erst probiert habe, bin ich mir sicher, dass die Zeit reif ist. Er wird die Welt im Sturm obern. Ja, deswegen ist Kojen falsch geschrieben. Da müsste Karin stehen. Die haben die Namen verwechselt. Naja. In letzter Zeit haben die Leute ihr viel Geld eher für Mut ausgegeben. Jetzt sind spürbar weniger Kundschaft. Aber dem Käse könnte sich das Blatt nur wenden. Vielleicht merken die Leute, dass auch gutes Essen serviert. Äh, wie geht das? Serviert, genau. So, und ich werde hier erstmal etwas umbauen. So, das hier hinten. Nein, da drüben passt besser. Äh, so müsste es doch gehen. Alter. So, das hier hinten ist genauso wie bei Öffnung. Na, was heißt denn von der Brandneuen-Hatelo-Käserei? Jetzt muss ich noch schnell dafür sorgen, dass der Käse auch im Cremaland verkauft wird. Wenn du den Käse hier kaufst, mache ich dir auch ein besonderes. Ich werde den Traum meines Urgroßvaters fertigen mit diesem Bauernhof nah und fertig. Äh, fernbekannt macht man. Komm, ich hätte derzeit gerne wieder besuchen. Oh, Alter. Alter, dass man lange ausführen kann, wie viel man will. Gut. Hey, da ist ein Rezeptzucker direkt. Da stand irgendwas mit Fisch und Käse. Was versuchst du? Da stand, dass er den Angriff boostet. Bitte. Den musst du, glaub, essen, oder? Tomaten, Weizen, Käse. Ist eine Pizza! Ja, das mach mal. Da. Da. Direkt rein da. Und dann machen wir die Bürgermeisterwahl doch im nächsten Part. Das ist bloß das Beste. So, jetzt direkt. Tomaten, Weizen, Pizza. Tomaten, Weizen, Pizza. Tomaten, Weizen, Käse meinst du? Tomaten, Weizen, Käse ist gleich Pizza. Das der Weizen. Welcher war denn das jetzt? Ach so, das ist Reis. Rinder. Rinder. Tomatenpizza. Eine mit frischen Heirol-Tomaten belegte Pizza. Der Geschmolzene hat den, okay, sie macht sie unwiderstehlich. Tja. Und ihr werdet unwiderstehlich, wenn ihr den Like da lassen würdet. Und den Abo für dieses... Ich kann kein Deutsch machen. Und in der nächsten Folge. Schauen wir mal, wer hier Bürgermeister wird. Oder... Was wird passiert? Sollte ich auf jeden Fall nicht verpassen. Und Like da lassen. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.